Hey Leute, ich wollte euch nochmal mitteilen, dass an diesem Montag und am nächsten Montag erstmal kein Quiet Die kommt. Ich hab zwar versucht die Folge diese Woche zu produzieren, allerdings musste ich noch einige andere Sachen machen und ich bin nächste Woche erstmal weg. Das kommt die nächsten beiden Montage erstmal kein Quiet Die, die nächste Quiet Die Folge kommt dann am 14.03. Ich hoffe ihr überlebt die 2 Wochen Pause, seht es auch sozusagen als Pause für mich an. Und ja, danach wird Quiet Die auf jeden Fall weitergehen. Ja, jetzt würde ich mal sagen danke für die Aufmerksamkeit und ihr seid jetzt informiert.